Guten Tag Leute, hier spricht wieder euer Peter Gims. So Leute, so und jetzt müssen wir aber eigentlich nach oben klettern. Da oben sind die Schlüssel. Mitteltunnel, okay. Das ist jetzt die Definition, wo soll die Tür sein? Das ist die Frage, Leute. Aber ich denke zwar, wir tun erstmal das Leuchtfeuer entzünden, Leute. Aber wir müssen genau an deren Punkt gehen, oh man. Brenne lang und leuchte weit, Feind des Waldes. Und führe Somas güldene Krieger heim. So Leute. So und jetzt müssen wir die drei Vertraute nach Hause bringen, Leute. Was heißt, wir werden jetzt die ersten Vertraute und Verbündeten uns langsam kriegen, Leute. Aber warum ist hier immer so ein ekliges... Ekliges Wasser, überall hier grün... Ah, das ist halt sumpf, Leute. Muss man halt sagen, hier ist halt überall sumpf, Leute. Das ist halt das Einzige, warum hier ist halt überall sumpf, Leute. Das ist halt eklige Grube. Was siehst du? Okay, da bin ich... Ich weiß, was du gerade denkst. Was denke ich denn? Oh! Das ist töricht ist, die Fans nach so wenigen Leuten abzusuchen. Du sagtest, die Leute, die du suchst, wären deine besten. Unverzichtbar für die Rückeroberung der Stadt. Findest du das töricht? Überhaupt nicht. Und wieso sollte ich? Du siehst aus wie jemand, der gut allein zurechtkommt. Wie eine einsame Wölfin. Vielleicht hältst du Soldaten für wenig mehr als nur Kriegsfutter. Aber diese Krieger sind mehr als nur Schwert- und Schildträger. Sie sind meine Familie. Nicht weniger. Ich habe schon eine Stadt verloren. Ich will sie nicht auch noch verlieren. Das verstehe ich. Und wenn deine Leute noch leben, finden wir sie. Hä, wie sind die Herkommar? Wölfe. Sie haben jemanden eingekreist. Vorsicht ist geboten. Ach, Loki hinter seinen Fässern, ihr dreckigen Arsfässer. Das habe ich nicht verdient. Haut ab, verschwinden! Alter, sind die heftig, Leute. Sind die heftig, die Gegner hier? Bes exercisieren nicht so, wie war es, was macht man auch nicht so, was ist das. Wälder über das Schildträger. H通 sci-fi ist ein Schildträger. Das ist ein Schildträger. Und das ist ein Schildträger. Wenn ich meine Resisterlinge gerne. Sind sie hier in ein Schildträger. Sie haben sich ihre Zellen ja auch noch nicht matrixocht. Ich habe das Kerl in der einen so schild. Ich war das Schildträger. Oh, da ist jetzt Ruhe. Alter, wie viele... Wie viele Wölfe hier sind? Das sind abnormale viele Wölfe hier. Das sind echt viele Wölfe, die wir hier haben, Leute. Echt viele Wölfe. Okay, da drin ist doch die Ruhe. Oh... Alter, okay. Wir müssen die Steine weg tun. Okay. Ist aber cool gemacht. Das hat man echt nicht gesehen, leider. Wir müssen die Steine weg tun. Kann man die kaputt schließen? Nee, geht nicht. Okay, da oben ist er, Leute. Da oben ist er. Dann gehen wir mal hoch, Leute, ich sag. Und finden vielleicht den ersten von den drei, sag ich ihre Freunde. Garnin, du siehst furchtbar aus. Was ist geschehen? Die Sachsen haben mich in den Nebel gejagt. Geradewegs in ein Banditenlager. Doch Frey war auf meiner Seite und ich habe sie zuerst gesehen. Bist du der einzige Überlebende deiner Mannschaft? Ja. Und ich bin selbst kaum noch am Leben. Aber mit denen sind sie hochgegangen. Sitzen sie jetzt schon beim Festmahl der Götter. Ich habe unweit von hier ein Lager aufgeschlagen unter einem Leuchtfeuer. Geh dorthin und ruh dich aus. Ava und ich suchen die anderen. Ich gehe zum Lager. Und während ich mich erhole, werde ich wie Freya persönlich über die anderen wachen. Und weiter geht's, Leute. Die nächsten. Garlin ist ein sehr ernsthafter Mensch. Ja. Und Gottes fürchtig. Er trägt die Götter in seinem Kopf mit sich herum, wie ein Baum seine Äste trägt. Er wirkt etwas schwermütig. Doch dank ihm sind uns die Götter wohlgesonnen. Willst du da was anderes tun? Ja. oh das sieht ruhig aus aber hier sind gegner hier sind gegner hier sind ein paar gegner die eine alte hütte umstellt haben womöglich sind denn darin gefangen schwer zu sagen es ist so verkratzt und zerschlagen vor allem ja Okay, dann gehen wir mal in die... ...und Homa die zweite Verbündete. Nummer zwei. Und die nächste ist hier in dem Lager, Leute. Okay, Leute, jetzt müssen wir mal gucken, was wir da sehen werden. Eine Gruppe Gefangener denn? Okay. Okay, dann gehen wir mal hin. Und wir sind alle, dass wir wieder Okay, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig arbeiten. Oh, okay, Junge, er kommt zu uns. Okay, den ersten holen wir uns mal. Komm einfach her, Junge, du bist unser Freund. Hier ist nur... Will dich jemand begrüßen, Leute. Hier will nur, dass ich jemand begrüßen, Leute. Da wird nur noch nicht glüß, Leute. Du hast auch nicht glüß, Leute. Wo auch nicht glüß? Ja, oder? Hier sind auch noch ein bisschen, oder? Das choose. Und hier zu schnaं euch. Dann Das zu schnauert. Oh! 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 Okay, sie haben uns noch nicht gesehen, Leute. Da, Leaves Langschiff. Ich erkenne den Rumpf. Okay, zwei Haar... äh, ein Zuf... Okay, zwei Haar... Okay, zwei Haar... Okay, zwei Haar... Ganz ruhig bleibe, Leute. Wir haben... Okay, jetzt müssen wir kämpfen, Leute. Jetzt müssen wir... Doch noch nicht. Okay... Okay, die hätten uns nicht ganz alle gesehen. Okay... 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 Wir haben hier noch... Punkte, die wir holen, können wir noch zwei Truhen, wenn wir eh nicht tun, können wir die gleich noch machen, die sind ja in der Nähe, und dann können wir so ein Ding gehen. So würde ich sagen, Leute. Und so ist da schon wieder einen Schlag. Was ist jetzt schon wieder? Ganz ruhig. Okay, hier haben wir... Aber hier irgendwo... Wir müssen hier langsam die auf... Es sind viele hier, Leute, aber wir brauchen ein paar Gegner. Wieso ist das so... Hallo, komm her, hierher. Okay, wir müssen die alle langsam... Einen nach dem anderen auseinandernehmen, Leute. Langsam, ruhig. Kommt doch ein Feind hierher. Geh doch da runter, hierher. Geh, dein Tod naht. Gott ist mit mir. Geh, dein Tod. Geh, dein Tod. Geh, dein Tod. Okay, der Typ, den man mit dem Schlüssel hat, den müssen wir nicht kriegen gleich. Okay, die zwei da oben, die werden ein kleines Puffen nehmen. Bloß nur einer von beiden kommen. Was steht da vor sich? Steck den roten Pfeil! Ah, der hat uns nicht gesehen, die haben uns nicht gesehen. Hey! Du wachst es doch! Du stirbst jetzt! Okay, jetzt fällt uns noch ein Reichtum, Leute! Noch ein Reichtum und dann haben wir hier das komplette Biet. Noch ein Reichtum fehlt uns noch und dann sind wir hier fertig in diesem Gebiet, Leute. Schon. Moment mal! Diesmal findest du dich nicht raus! Doch, ihn wir machen. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen für heute jetzt wieder Feierabend. Somit sagt für heute euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG bis demn... Jegeben! Toki! 痕